Ja, ich weiß glaube ich wo das Zimmer ist. Ich muss da nur hin. Aber wo war der Shortcut? Jetzt komm. Ey, das ist Schachzimmer. Ich habe das Gefühl... Das ist die Tür, glaube ich. Ne, auch nicht. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Das ist so. Gib uns eine Karte. Wir sind Kartenfreunde. Ich weiß wo der Shortcut ist. Ja, wir sind schon richtig da. Wir sind schon richtig da. Das ist gut. Ne, das war falsch. Und wieder... Ist extra nach hinten. Was hast du gemacht? Du wolltest mir ein unsichtbares Zeichen geben. Da, da, da. Ja, da hoch. Kerze abmachen würde. Warte. Ich mache nicht so viele Kerzen damit du... Nein, nicht. Du hast noch nie deinen Streichhölzer komplett fast verbraucht. Ich habe die schon mal... Fast verbraucht, aber man soll sie ja nicht fast verbrauchen. Glaube. Genau. Wer macht immer... Wer macht immer... Nochmal Kerzen an, bitte. Ich sitze an. Also wieder raus. Raus aus dem Zimmerchen. Mal ganz nach oben. Haben wir auch schon eigentlich, aber... Ist über. Ne? Stimmt, da waren wir noch gar nicht. Nur mal hier. Nicht. Nur mal alles hier nachgucken. Auch nicht. Gibt es nicht. Echt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl... Wir hängen. Ne, ne. Das nicht. Wir sind einfach... Wir finden dann einfach nicht, dass... Es ist so... Es fluppt nicht mehr. Habe ich eben etwas übersehen, nachdem dieser Hund auftauchte? Das ist es. Das ist doch so krank, ey. Ich gehe wieder da hin, wo der war. Haupteingang, ne? Genau, Haupteingang. So, warte mal, du musst mir jetzt helfen. Äh, noch einen runter. Also, das Spiel ist echt verflixt. Uh. Äh, das? Macht zwar übel Spaß, aber... Man muss dazu sagen, dass das, ähm... Nicht höher? Durcheinander macht. Also, das soll, denke ich mal, auch bestimmt von Entwicklern. Also, wenn jetzt irgendwie die Entwickler mal das sehen sollten. Ähm, das Spiel. Die Aufnahme. Wie gesagt, dann könnt ihr mal... Ich bin schon ein Schlüssel. Vielleicht. Ich gehe einfach nochmal ganz raus. Vielleicht ist hier irgendwo... Da ist er. Ey. Warum ist jetzt auf einmal ein Schlüssel da? Ich weiß nicht mehr. Okay, also, wieder hoch zu den Räumen, die noch alle abgeschlossen waren. Kennen Sie ja gut aus. Unten war noch welche verschlossen. Ja, aber erstmal da... Da, warte mal. Erstmal hier. Ne, das war Schachzimmer. Schachzimmer. Lachen. Das war Shortcut. Shortcut. Könntest du durchgehen? Ja. Und... Duatrin war hier. Das ist ja das fiese. Schachzimmer. Ja, gar nicht dann so ein Shortcut. Das Zimmer. Ja, nur halt das... Ja, einmal ne Runde, merke ich. Juhu. Juhu. Ne Kerze. Der Zettel. Sehr schön. Aber ich gucke eben... Batterien. Batterien. Oh, Gott sei Dank. Jetzt gucke ich nochmal eben. Streichhölzer. Ja, das ist ein Fisch aufgenommen. Äh, wo war der nochmal? Okay, da. Ah, Streichhölzer. Gut. Linda und ich wollten uns den alten Friedhof anziehen. Nichts passiert mehr. Aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Gut. Friedhof. Ich hasse Friedhöfe. Oh, das wäre cool, wenn wir jetzt auf den Friedhof kommen. Tag 15. Die Hälfte von 30. Und das ist ein guter Zeitpunkt, zu sagen, wir hören erstmal auf. Ja. Also, diese Ungewissheit, dass man keinen Schlüssel findet, die ist das Extreme. Ähm, die Horror... Wo war die letzten beiden Tage, waren jetzt ja eigentlich gar... Außer der Hund, okay. Also, der... Ja, gut. Aber sonst... Gar nicht so schlimm. Nee, das war... Aber wie gesagt, Friedhof, das heißt, nichts Gutes. Nee, gar nichts Gutes. Aber man muss erstmal wahrscheinlich wieder einen Schlüssel finden, bevor man auf dem Friedhof rennt. Also, der Friedhof... Oder Friedhof ist offen. Oder Friedhof ist jetzt offen. Aber wie gesagt, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Irgendwann nächste Woche oder so, keine Ahnung. Genau. Wir melden das aber vorher bei Twitter, Facebook und auf der Internet, also bei YouTube. Bei YouTube und ja, genau. Überall melden wir es an. Genau. Wo man es gelesen hat, ne? Dann würden wir sagen, bis vielleicht nächste Woche, Ingo Viva. Und BigMiner. Genau. Bis dann. Heilwydrive. Genau. Tschüss. Tschüss.